Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer weiteren Folge Dead by Daylight aus einem meiner Streams geschnitten. Auch hier wieder mit der lieben Susi gemeinsam. Die Runde wollten wir euch gerne zeigen. Einfach so, weil wir es können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten und macht's gut. Tschüss! Weißt du, wie ich es meine? Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, es ist alles Clickbait. Das eine mehr, das andere weniger. Weil warum soll ich sonst in den sozialen Medien was posten, wenn ich nicht will, dass Leute draufklicken? Oh. Also, ich will ja baiten. Ich glaub, da vorne stolperte gerade ein Zombie. Na toll. Bin mir die Masks-Sicher. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es könnte auch ein Überlebender gewesen sein, der betrogen war. Keine Ahnung. Da taugelte auf jeden Fall. Gut. Ich hab auch das Gefühl. Na, auf jeden Fall ist ja der Tempel der Reinigung raus, aktuell. Ah, okay. Warum das? Weil die Killer nicht mehr runter in die untere Etage gekommen sind. Die Killer sind immer an der Treppe nach unten hängen geblieben. Seit dem letzten Update. Das ist ja kacke. Ja. Ich find's auch krass, dass die... Wow, ist ne Hack! Deswegen tockelte das so. Die haben am Dienstagabend, haben sie die Map deaktiviert. Und die ist immer noch nicht wieder drin. Das find ich schon krass. Dass die so lange jetzt Probleme mit der Map haben. Wobei bei mir das Spiel nicht einmal abgekackt ist. Beim Laden der neuen Map. Das find ich... ...komisch. Also wir haben ne Hack, gell? Das hast du... Ja. Ihr habt hier drüben auf der anderen Seite, wo wir jetzt nicht sind, überall fallen gelegt. Oh, wir haben hier ein leuchtendes Totem. Das wurde an mir abgeschmiert. Also unabsichtlich. Dafür kann er jetzt nix. Also wir haben im... In dem Mittelteil auf Checkseite ist ein brennendes Totem. Oh Gott, wie ich Tana das hasse. Sie hat uns gemalt. War das das? Äh, ja. Also zumindest dort war ein leuchtendes Totem, was die Astros gesehen haben. Ich glaub, das war Ruin tatsächlich. Kann die eigentlich auch durch die Fallen durchgehen? Nee, ich seh hier die Falle neben mir. Hä? Sie hat hier grad eine Falle gemalt und dann ist sie weg. Oder... Ah, sie hat mich ganz ruhig gezogen. Okay. Nee, die... Also offiziell geht's nicht um Überarbeitung der Map. Offiziell war die Begründung... Es gibt zu viele Spielabstürze während des Ladens der Map und deswegen haben sie die rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die das so... Ja, der Steve kriegt hinter mir. Ob die die Map so einfach ändern dürfen, weil es lizenziert ist. Der Tempel der Reinigung? Nee, die neue. Achso. Ich weiß nicht, wo sie gerade rumspringt. Sie lief hier eben vor der Scheck... Äh, sie ist am Haken. Nein. Sie ist bei uns. Du kriegst meinen Medi... Ich will den Schlüssel nicht. Die hat hier einen Schlüssel hingelegt. Die will meinen Medikopf. Nö. Behalt deinen blöden Schlüssel. Äh, sie tunnelt. Ich will den nicht. Jui hat mir einen Schlüssel hingelegt. Wollte mir den Pardou jetzt geben. Killer tunnelt. Bin hinterm Schulbus auf der anderen Seite, dann komm rüber. Hier drin ist doch bestimmt alles getrappt. Ah, hier ist eine Falle. Das hat mich weggedreht. Danke. Sie geht trotzdem mir nach. Scheiße. Oh, ich laufe halt auch noch einen richtigen Bogen, ey. Bin in das Halle rein. Hat nichts gebracht. Sie hat hier vorm Fenster an der Scheck gemalt. Bin sie, glaube ich, los. Oh. Oder doch nicht. Ja, Steve, was denn? Aber, ja, die Map an sich finde ich auch zu groß. Also, und zu verwinkelt und zu... Ich meine, ich habe auch erst viermal auf der Map gespielt, vielleicht. Aber ich finde sie halt sehr unübersichtlich, so. Sie ist hier drüben bei mir und Steve. Okay, ich bin jetzt neben der Scheck an der... Nee, doch nicht. Doch, 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 ist sie. Ist wieder bei Steve. Am Hügel. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Okay, sie rennt hier noch rum. Yui ist mit bei mir. Am Hügel an der Scheck. Steve kommt hier hinter gerannt. Sie hat hier gemalt. Ohne Killer. Wo ich jetzt hingehe. Ach, sie kommt von dort. Oh. Steve, nicht, 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 Steve, Steve. Nein. Oh, Steve, du bist manchmal... So, nicht, junge Dame. Okay. Du bist weg von mir. Nee, ich habe noch ganz leicht Herzschlag. Okay, sie hat wieder die Dingsbütteln, sie hier. Sie kommt hier rüber jetzt. Oh, ich brauche das Totem. Du brauchst das Totem? Hier, dann lasse ich es dir. Danke. Ich würde es gerade wegmachen. Ja, hier ist eine zum Heilen, die Yui, wenn du bist. Jetzt hat sie mir einen Schlüssel hingelegt. Ich wollte dir mein Mediköpfelchen nicht geben. Weil, äh... Ich brauche den. Ich habe keinen... Sie hängt Steve hier bei uns auf, wo wir uns heilen. Ich bin auf der anderen Seite vielleicht ohne an dem Jen. Irgendjemand hat übrigens ein Perk mit, das er Zeugs mit Anhang aus der Kiste zieht. Ich glaube, die Yui hat dieses Mehrfachdurchsuchen-Perk mit... Plus Ass im Ärmel von Ace oder so. Sorry, Steve, ich kann nicht jetzt... Wir sind alle bei Steve. Sie kommt zu mir, glaube ich. Sie rennt hierher und blickt fallen. Sie malt alles voll hier. Wenn sie noch ein bisschen weitermalt, könnte ich es schaffen. Ja, sie ist, glaube ich, losgelaufen. Hab eine Falle gelegt. Ich gehe hier an den Jen. Ich bin gleich fertig. Ich gehe hinter die Shack an den Ausgang. Ich bin drüben auf der anderen Seite. Die Ausgänge sind gut verteilt. Das ist gut. Okay, sie ist hier vorne. Sie kommt jetzt wieder hinter, glaube ich. Steve ist hier bei mir. Steve macht eine Kiste auf. Jo, sie ist hier. Jetzt bitte keinen Nöt. Ja. Feiße. Da war es okay. Ja, toll. Wir wollen dich. Steve ist auch hier, aber Steve ist verletzt. Das heißt, er wird auch gleich liegen. Okay, der Ausgang hier hinten ist vielleicht bei der Hälfte gewesen. Ich weiß nicht mehr genau. Bringt sie ihn denn hin? Was ist schnell Steve vor? Sie sucht mich, sie findet mich nicht mehr. Sie ist dort am Ausgang, aber sie findet mich nicht mehr. Steve hebt mich auf. Ich renne jetzt hinter zum anderen Ausgang. Der ist auf 99. Sie ist hier noch. Sie ist hier noch. Renn rüber. Ich weiß nicht, ob hier Fallen liegen. Nee, auf der Seite nicht. Sie hat die ganze andere Seite getrappt. Also da müsste alles safe sein. Okay, ich bin am Ausgang. Ich mach auf. Komm, ich bin gleich da. Okay, drüben ist auch aufgemacht worden. Ja, das war voll Teamplay. Warte auf dich, da kannst du mich noch heilen. Ja. Es war gut, dass Yui das... Oh, oh. Wo kommt sie raus? Nein. Was macht man jetzt? Ach, scheiße. Was macht sie denn? Ich glaub, sie wollte warten, damit sie ihren Schlüssel nutzen kann. Hast du Geliehne? Nein. Ich auch nicht. Okay, Steve ist auch noch da. Kommt, sie kommt. Sie rennt runden rum. Nein. Hab sie. Nein. Oh. Steve, geh aus dem Weg. Oh mein Gott. Schafft ihr es? Oh mein Gott, das wäre voll krass. Wenn sie jetzt, wenn Steve jetzt hier noch mal mit Body blockt. Okay, ich hab einen. Okay, wir sind raus. Ja, voll krass gute Aktion. Wir sind richtig gute Mates, Susi. Junge, Junge. War eine coole Runde. War richtig spannend jetzt am Ende. Die war wirklich richtig gut. Ja. 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 Ja.